Moin moin Leute, heute geht's weiter mit einer Folge Spore und wir sind hier am abkratzen. Moin 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 Oh Gott Wir werden jetzt mal hier schnell nach... ...Hause fliegen Welchen Planeten ist denn das? Sag mir sogar nicht Captain, wir brauchen sofort die Gehilfe Okay, wir sind auf dem Weg Wir sind auf dem Weg, wir müssen uns nochmal hier einen Gehilfen noch holen Dann zwei anderen Schuh werden angegriffen, okay Hi Tag Die Pneumatik Und wir haben den, so, dann geht's jetzt zurück Und Schuh wird angegriffen Okay, dann gehen wir wieder zu Schuh hin So, feiner Hello 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 Mr.. 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 Was weiß ich So, willkommen Oh Gott, hinterher Hinterher, hinterher, hinterher So So Oh Gott, so wie ein Verstörer Und jetzt mach ich alle kaputt so Kaputt Kaputt So So Da hinten ist noch einer Dass die hier immer alle Streit anfangen müssen, das finde ich voll schlimm So 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 Jetzt müssen wir zurück So, jetzt müssen wir nämlich zurück auf den anderen Planeten Oh Gott, hoffentlich haben die uns jetzt nicht eingenommen auf den Anderen Planeten von uns Da müssen wir jetzt mal nach Das sieht aber alles gut aus Es scheint Gut zu gehen So, dann geht's mal hier rein Der Planet hat sich ergeben Jetzt müssen wir nämlich den Anderen noch hier einnehmen Ich habe nämlich angefangen da Städte zu zerstören Oh Gott Oh Gott Zwei Schiffe sind weg Oh Gott, was seht ihr? Okay Also hier gibt es schonmal keine Städte mehr Wir zerstören gerade hier die Die in dieser Stadt Das ist mal ein guter Teil ist Weil Das heißt mal ein Fortschritt Aber dann sieht man mal wie schwer so ein Krieg hier ist auf diesem Spiel Auf diesem Spiel Okay Ah Die geben auch Oh Gott, ich drücke sie wieder mit auf So Wir könnten ein wenig Geld in diesem Krieg haben Ja, den Boebel Da sind schon wieder zwei neue Schiffe, ich krieg die Krise an So, da sind auch schon wieder zwei, die uns bombardieren Aber das macht ja nichts, weil wir gehen jetzt hier rüber Ist das so high? Na? Verzeihung So, wir machen Fortschritte, wir gewinnen Wir haben jetzt die nächste Stadt hier gerade eingenommen auf dem Planeten Und hier geht es wieder runter Und dann geht es hier auch wieder runter Wir brauchen mal mehr Aufladung oder so So So, dann geht es weiter Oh Gott, okay, also es wird was Langsam noch drei Langsam noch drei Heute könnten wir echt Fortschritte ja interessiert Oh Gott Oh Gott, bleib doch mal hier, du blödes Schiff So, guck mal, ich nehme die Stadt hier ein So, guck mal, ich nehme die Stadt hier ein So, guck mal, ich nehme die Stadt hier ein Oh, ja, es läuft richtig gut heute Oh, ja, es läuft richtig gut heute Komm, dann mach dich freudig Komm, dann mach dich freudig Ich meine, wenn ich hören will, muss fühlen So, dann gehen wir uns Irgendwie Ja, anscheinend Oh Gott Ja, okay, jetzt seht ihr Jetzt können wir hier das Hi Okay, dann los Und jetzt nochmal zurück So, dann gehen wir uns Irgendwie Ja, aufladen Dann kommen wir gleich wieder hin, sind ja wieder fünf Schiffe Egal So Hi Und dann handeln Und dann handeln Es ist irgendwie Laser Mittelstark Sie dann Das ist, da, erhöht die Reichweite des Raumschiffs Kleiner, erhöht die Energiekapazität dann So, und jetzt haben wir mehr Energie, hoffe ich Dann haben wir auch ein bisschen Bis wir nicht alle zwei Sekunden hier wieder zurückfahren Das ist ja fliegen Fliegen meine ich natürlich So So, und jetzt werden wir uns mal hier die Stadt zu eigen machen Da ist sie Ja Das wird was Seht ihr, wir können uns die nächste Stadt geben Sicher auch gleich auf Da haben wir schon zwei Städte aufgeklärt Und das ist natürlich Die haben auch aufgegeben Ja, seht ihr, langsam bleibt sie gar nicht mehr übrig Weil ich sehe Langsam haben wir hier nicht mehr zu verlieren Wobei ich sagen muss Das ist jetzt auch nicht schlimm, dass sie nichts mehr zu verlieren haben So Ich glaube, das ist so 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 Mal eins raus Oh Gott Und Unser rosa Kollege Bleib mal bitte auf die Aber gleich haben wir es Gleich ist sie raus So So Zwei Und zwar brennt noch nicht mal Wie kann das sein, dass eine Kollegin da noch nicht mal brennt oder so Ich einen Schlag hinzu Ich sterbe Und dann kommt sowas Das ist voll defamiert Okay 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 Wir müssen die Häuser zerlasern So Auch noch eins Ja, stirb du blödes Schiff Lass dir Ruhe Bleib still Schnell hier Nichts da, nichts da Ich krieg nichts So Okay So Und dann kommt es Das Schiff Das Schiff Die Stadt meint Oh je, die machen alle Aber es wird Und Und wir haben keinen Strick So greifen Planet N an Und Shi wird angegriffen Also wir müssen gleich erstmal zu Shi Weil sonst nehmen uns die Grünen da noch einen weg Und dann müssen wir uns wieder zurück Blind 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 Das hab ich vergessen Das wäre ja keiner So Was denn da Okay, halt, halt, halt Du gehst wieder rein Gehst wieder rein So So, dann verstören wir hier erstmal alles Oh Gott Oh Gott So Ich überlasse natürlich nicht mein Das wäre ja auch zu schön Das wäre ja auch zu schön Wenn ich dir einfach mein Planeten hier überlasse Deswegen Ich würde es jetzt nicht glauben müssen Oh Gott, stirp, 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 stirp Stopp Stopp doch alle Spaturset Dann Dann Einfach ein Prachtraum Wir könnten unser Schiff nochmal ein Tick erweitern So Geh wohl Okay So Okay So 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 angen So 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 Was ist denn los? Kaufen wir die mal. Auf Wiedersehen. Dann müssen wir da rüber. Hallo, da rüber. Sehr gut. Oh, wir müssen die auch mal kaufen. Egal. So sind wir wirklich. Ich brauche... Warum können wir eigentlich nicht ein eigenes von unseren nehmen? Das wäre auch praktisch, wenn man ein Schiff von unseren nehmen könnte. Ich meine, für unsere Armee und so, da wäre das ja ganz gut. Voll gut. Wie viel man dann so unaufhaltbar ist oder so, keine Ahnung, denke ich mal. So, oh, der Planet, ihr seht das, wir sind jetzt gleich bei der Hälfte. Oh... Wie gut zeigt diese Boden mehr. Wie aufheben? Oh, bitte, bitte. Okay. Oh Gott. Ich zerstöre noch mehr. Stadt. Oh Gott, da da käme ich nicht. Was haben die alle? Da kommen die alle angeraft. Das sind die verliert. Akzeptiert das. Die Stadt hat kapituliert. Langsam könnte es wirklich ein Gewinn werden. Also ein Sieg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stirb. Stirb du blöder Turm. Der ist auch weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Die sind irgendwie alle weg. Und das Witzige, sie sehen auch alle, wie unsere Schiffe auswirken. Ja. Ich würde sagen, damit gewinnen wir wirklich. Weil wir haben noch drei Städte übrig. Wenn die da jetzt wirklich noch was reißen sollten, dann bin ich sehr überrascht. Denn langsam stirbt hier alles von mir weg. Warum eigentlich die kleineren Schiffe nicht mehr lesen, das verstehe ich nicht. Wir müssen mal raus. So. Vielleicht schaffen wir es ja heute sogar, das Schiff, das Schiff, den Planeten ganz für uns einzunehmen. Das wäre natürlich schon irgendwie nice. Aber, ich garantiere natürlich nicht dafür. So, jetzt. Mal los. Jetzt holen wir uns den Sternplaneten hier. Okay. Und dann geht's runter. Okay. Wir entwaffen uns erstmal hier. Mein Kollege ist beschäftigt. Ich knall die Schütze in der Zeit ab. Das ist erstmal schön. So. Schütze weg. Boah. Das Schiff nervt mich. Okay. Sterbe. Das ist leides Schiff. Okay. Jetzt müssen wir erst Stadt für Stadt hier eingehen. Okay. Ich dachte, das würde vielleicht anders sein. Aber das geht nicht. Deswegen. Ich bin halt erst hier, bevor wir die wieder verlieren. Oh Gott. Hey. Geh sterben. Geh sterben. Du blödes Schiff. Hey. Hallo. Ich bin da. Attention bei mir. Ja. Ah. Okay. Jetzt geht's. Guck mal. Jetzt nehmen wir die Stücke ein. Das läuft doch. Ich bin da für mich für mich wirklich. Okay. Dann. Und. Auf geht's. So. Dann geht's jetzt zu den Städten. Die wir schon halb eingenommen haben. Oh Gott. Okay. Und natürlich habe ich gleich keinen Strom mehr für die letzten drei Städte. Das ist natürlich zu erwarten gewesen. Was hätte ich auch sonst sagen sollen. Nein. Also es war halt schon irgendwie absehbar, dass es reicht. Aber trotzdem ist es schade. Und ich bin schon noch mehr. Dann gehen wir nochmal weg. Dann tanken wir jetzt ein letztes Mal auf. Und dann müssten wir gewinnen. Würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ob wir dann irgendwie alle Systeme erhalten. Wir können ja nur dieses Hauptsystem von übernehmen. Alle anderen haben wir ja getötet. Ne. Wie war das nochmal? Nein. Also. Ja. Ich habe hier nur eine Stadt drauf. Ja. Okay. Wie machen die das? Wenn hier überall... Ich habe zwar keine Ahnung von wo, aber okay. Ähm. Ja. Das ist ein fairer Score. Das steht jetzt auch voll in Ordnung. Ja. Das ist ein fairer Score. Das steht jetzt auch voll in Ordnung. Okay. Wir wollen uns ja nochmal weggegrüßt. Wir wollen ihn aufladen. Und wir gehen wieder. Bis zum nächsten Mal. Nein. Wir sind noch nicht fertig. Wir holen jetzt mal den Planeten. Ja. Blarke k��록 So... Ah, weiter geht's Ähm... Hello? Okay So Na nee, da hinten So, da ist Stab Oh Gott Stab Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, da ist viele So 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 Nein, wir werden uns gleich in diese Stadt hier anregtieren. Diese Stadt wird unsere sein. Für immer. Ja, wenn wir das dann haben, können wir auch das Haupthaus, ja. Ah, so ein Verzeihung, wir machen unseren Kollegen ab und dann werden wir die letzten zwei Städte hier anekdotieren. Anekdotieren. Okay. Was ist anekdotieren? Ja, aus dieser stressigen Situation ist eine entspannte Woche geworden. Die viel entspannter und ruhiger ist, weil wir, wenn wir nie das halt wirklich, ein bisschen was lenken. E-Bittchen, so, die kommen da hin. Die sind uns doch noch loyal, ja. Hallo. Einmal Auflagen, Diplomatie. Danke, dass uns noch ein Schiff leistet. Und dann werden wir jetzt nochmal das letzte Mal jetzt einen Großangriff starten. Eine Großinvasion, ihr seht es schon. Gehen wir zurück. Und, das reicht natürlich nicht. So. Und es gibt natürlich drei Schiffe, die uns direkt attackieren. Und ich kriege Herzrhythmusstörungen. Oh Gott. Schill wird angegriffen, End wird angegriffen. Und wir gehen runter. Und wir jetzt hier den letzten... Die vorletzte Stadt ist es, ja. Aber, für mich ist es schon seelisch die letzte. Ich bin schon so durch... Die zerstörten, die hier. Und ihr seht das schon. 20 Stunden. Und dann noch eine. Komm, lass mich nicht nur so geschüttchen. Und die letzte. Und jetzt müssen wir einfach hier die Hauptflüte angreifen von der Stadt. Und jetzt müssen wir einfach hier die Hauptflüte angreifen von der Stadt. So, wie zum Beispiel das hier. So, wie zum Beispiel das hier. So, die Gebäude, wo halt ich hab die Wohnhaus ertankt. Und das Bild steht ja auch. So, wie sieht das hier. Und das hier. Oh, sehr gut. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder mal in Ruhe. Jetzt sind wir wieder mal in Ruhe. Excuse me. Und und wenigstens auf der anderen. Und so, wir haben vielleicht keine Kraft mehr. So, so, okay. Jetzt ist eine andere Stelle. Komm. Das reicht. Bitte, 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 bitte. Äh. Genau. So, dann holen wir das letzte Mal. Das allerletzte Mal. Unsere Kraft. Und werden dann. Und dann eben. Ne, natürlich. Okay. Komm schon, wir sollten nicht mal an Rittung reisen und zum anderen Planeten. Und wir wurden zerstört. Irgendwie hab ich's mit dem zerstört werden. Ne, keine Ahnung. Na komm, wir gehen jetzt mal unser Verbündeten hier abholen. Weil wir brauchen den ja noch für die letzte Stadt. Danach lassen wir die erstmal in Ruhe. Danach braucht uns Rosa erstmal in Weile nicht helfen. Und dann da rüber, so. So, aber jetzt müssen wir, jetzt müssen wir hier aber wirklich mal. Serious Conversation. Serious Krieg. So. Darüber. Darüber. Kommen haben. So, jetzt machen wir die hier fertig. Weil das ist so gut wie, die sind schon halb. Halb platt. Leider nur halb. Aber egal. So. Wenn das Haus glatt ist, können wir die Stadt angreifen. So. Oh mein Gott. Letzte Stadt. Letzte Stadt. Wir kommen. Oh mein Gott, lass mich doch in Ruhe, du scheiß Schiff. Lass mich in Ruhe, ich hab keine Lust auf dich. Oh Gott. Und wir haben keinen Strom mehr. Ich vergesse das jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass wir jetzt hier Strom holen. Und dann sind wir wirklich, 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 wirklich komplett durch. Weil dann ja spät sie jetzt raus, hoffe ich. Und dann, wenn ich dann hier weiß, dass ich nicht was gedacht habe, das wäre immer noch so gut. Und noch ein Schlüssel, Generator, keine Ahnung. So. So. Und dann kommt der Lassen mal. Und dann werde ich machen. Und dann werde ich machen. Nein, wenn ich mache, dann werde ich immer. So. So. Ja, damit. Die Ausgaben. Dann komm jetzt aber. Jetzt machen wir ihn wirklich platt, komplett. 100.000 prozentig platt. Naja, 99 prozentig. 199 prozentig. Bestimmt. Okay. Darüber. 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 Da rein. So. Letzter Start. Wir kommen. Ah. Und? Ah. Wir kommen. Auf sie. Okay. 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 Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vorsichtig. 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 Und. Ah. Zerstört es. Zerstört es. Okay. Das letzte Schirm. Die raus sind. Oh Gott. Den folgen wir jetzt. So. Dann werden wir jetzt hier kommen. Jetzt zerstören wir die Stadt endgültig. Die wollten es nicht anders. Jetzt haben sie ihren Salat. Zerstört die letzte Stadt. Ah. Nein. Also wirklich. Zerstört sich. Weil. Ich habe noch ein anderes Business und so. Business. Very busy und so. Jetzt sage ich jetzt reicht der Strom. Jetzt reicht der Strom halt wirklich nicht am Ende. Und drei. Drei. Nein. Jawoll. Ich veranspruche. Dann gehört das. Ich veranspruche. Dann gehört das. Damit. Und. Und. Oh mein Gott. Wir haben unser erstes System erobert. Als Aufgabe zu unserem System erobert. Sehr gut. Seht ihr. Damit gehört das uns. Und den Schirm. Jetzt mal schauen wir so. Was das hier noch alles so zu bieten hat. Der neue. Planet. Die neuen Planeten. Und dann sehen wir uns. Das nächste Mal wieder. Tschüss.